Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alex Melzer ist bei uns zu Gast mal wieder, der Gründer und CEO von Solar und wir sprechen über die erweiterte Finanzierungsrunde, wir sprechen aber auch über den Energiemarkt und wir sprechen natürlich aber auch über die Bundesregierung, also quasi vor allem die grüne Beteiligung hat ja möglicherweise Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von Solar. Also darum geht es gleich, kurz bevor wir losgehen, noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Zum einen war vorhin bei uns zu Gast Maximilian Groth, er ist der CEO und Co-Founder von Decentric, ein sehr, sehr abgefahrenes Unternehmen. Ich habe ein bisschen gestaunt, wie das überhaupt gehen kann, denn Decentric erlaubt es Drittanbietern mit hochsensiblen Daten von zum Beispiel Pharmaunternehmen oder anderen datenintensiven Bereichen zu arbeiten, diese Daten auszuwerten, zum Beispiel mit KI und dann aber gar nicht zu wissen, was sie da ausgewertet haben, denn die Originaldaten stehen ihnen auch nur verschlüsselt zur Verfügung. Also sehr, sehr abgefahren, wie das geht, weiß ich gar nicht, aber das Unternehmen hat auf jeden Fall gerade 15 Millionen Dollar eingesammelt, also zumindest hat es irgendjemand verstanden. Hört euch das mal an, ich fand es auf jeden Fall großartig. Kurz noch der Hinweis auf morgen. Morgen zu Gast im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk, unser neues Format, in dem wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die die Startup-Welt kennen sollte. Morgen zu Gast Jana Linke, sie ist der frischgebackene Podcast-Host von How to Hack bei Business Punk. Ist ja eine sehr erfolgreiche Podcast-Reihe, vielleicht kennt ihr die auch schon, aber Jana ist jetzt erst seit kurzem dabei und wir haben natürlich über den Neustart gesprochen. Wir haben aber auch über ihren Blick auf die Startup-Szene gesprochen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Jana ist quasi das Startup-Gesicht von NTV, also macht das schon seit sieben, acht Jahren, ist sie dort im Einsatz und berichtet regelmäßig über Startups, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Und dementsprechend war das natürlich ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Das kommt morgen Vormittag. Morgen Nachmittag, dann heißt es wieder Startup Insider One More Thing, unsere Reihe, in der wir Tooltips vorstellen, in Kooperation mit Zestrify. Deswegen ist auch Sven Luckinger bei uns zu Gast, aber wir haben vor allem einen Zusammenschnitt von zehn Gästen aus unserem Podcast, die ihre Lieblingstools vorstellen, vorbereitet. Also sehr, sehr kurzweilig, da lernt ihr auf jeden Fall sehr viel. Ich weiß, man kann auf jeden Fall ein paar Tools mitnehmen, die man auch im Alltag gebrauchen kann, entweder als Unternehmen oder auch als Privatperson. Das kommt morgen Nachmittag und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, dieses Mal Folge 69 mit dem Gast Gregor Gimmi. Den kennt ihr schon aus diesem Podcast. Er ist der CEO von 27 Pilots und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kaufen statt Investieren, wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Das richtet sich zum einen natürlich an Startups, aber das richtet sich vor allem eben an Corporates und Mittelständler. Wenn ihr zu diesen Gruppen gehört, einfach mal reinschalten. Ich glaube, es ist ein Interview, das sich auf jeden Fall zu hören lohnt. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Tipps und ja, vielleicht habt ihr danach sogar Lust, das Buch zu lesen. Also, das ist unser Gespräch am Sonntag. Jetzt genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Alex Melzer, dem Founder und CEO von Solar. Werbung Diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Cevdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden, denn mit Cevdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf www.cevdesk.de Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Alex Melzer, Founder und CEO von Solar. Cool. Ja, ich freue mich. Alex Melzer ist wieder hier. Ich kann ja fast sagen, ein Stammgast, der Gründer und CEO von Solar. Hallo Alex. Hallo Jan. Freue mich, da zu sein. Ja, freue mich auch sehr. Und ja, wir sprechen vor dem Hintergrund einer ganz spannenden, ich weiß gar nicht, ob man es Finanzierungsrunde nennen darf. Vielleicht kannst du mal selbst erklären. Ecosia hat sich irgendwie bei euch beteiligt. Erzähl doch mal. Genau. Also Ecosia kennen vielleicht viele. Es ist die grüne Suchmaschine, womit man im Prinzip mit jeder Suche einen Baum pflanzt. Und Ecosia ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen und möchte im Prinzip jetzt einen Schritt weiter gehen und auch in erneuerbare Energien investieren. Und genau das haben wir mit Ecosia gemacht. Sie haben im Prinzip in unser Vehikel investiert, was Solaranlagen an Hausbesitzer vermietet, sodass auch derjenige, der sozusagen nicht das Geld hat, sich eine Solaranlage zu kaufen, kann diese sozusagen von uns vermieten. Und dafür hat Ecosia, daran hat Ecosia investiert. Das heißt, eure Motivation mit Ecosia zusammenzuarbeiten ist dann eben, hat auch einen Branding-Effekt, würdest du sagen? Absolut. Absoluter Branding-Effekt. Es ist eine sehr starke Brand, gerade für Leute, die was Gutes tun wollen, indem man die Ecosia-Suche benutzt, anstatt vielleicht Google. Und da haben wir natürlich einen Cross-Branding-Effekt, beziehungsweise sprechen wir vielleicht auch Nutzergruppen an, die dann sagen, nee, ich möchte nicht nur grün suchen, sondern ich möchte vielleicht auch eine grüne Solaranlage auf meinem Dach haben. Und ich finde das erstmal bemerkenswert, dass Ecosia in der Lage ist, zu finanzieren. Also die haben jetzt, höre ich raus, da eigentlich weniger finanzielle Interessen, sondern auch für die ist es eher so ein Statement, ja? Also Ecosia agiert sicherlich nicht wie ein Asset-Investor oder wie eine große Pensionskasse. Ecosia ist ja selbst sehr klimaschutzgetrieben. Sie haben sich selbst dazu verpflichtet, mehr als 200 Prozent ihres CO2-Ausschusses CO2-neutral zu haben, also das Zweifache an erneuerbare Energie zu haben, als von dem, was sie verbrauchen. Also sie sind da schon ein Vorangeher, würde ich sagen, in allen grünen Themen. Und das passt natürlich sehr gut mit unserer Mission, wo wir sagen, wir wollen auf jedes Hausdach eine Solaranlage bauen. Jetzt hast du schon gesagt, jedes Hausdach eine Solaranlage. Vielleicht kannst du nochmal kurz ein paar Sätze zu euch sagen. Du warst ja erst vor kurzem hier, ich glaube Mitte Dezember oder sowas haben wir gesprochen über eure 20-Millionen-Runde. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal ein bisschen in kurzen Worten erklären, was ihr macht. Absolut. Genau. Also wir sind Solar, wir sind Deutschlands führende digitale Plattform für Solaranlagen. Also wenn du ein Haus besitzt, gehst du auf unsere Website, gibst du uns die Daten zu deinem Haus, dann bekommst du Zugang zu unserem Online-Konfigurator. Dort kannst du dir die eigene Solaranlage für das Hausdach konfigurieren, kannst das alles online kaufen und über unser Partner-Netzwerk machen wir dann die Installation und Umsetzung vor Ort. Jetzt sagst du gerade Führen. Mit wem vergleicht ihr euch da? Es gibt ja noch ein paar andere Startups. Ich hatte Neues San Vigo hier im Podcast. Die sind, glaube ich, noch später gestartet als ihr, aber NPA gibt es noch. Sind das die Competitor, wenn du sagst, da messt ihr euch und sagt, ihr seid führend oder wer ist der Wettbewerb der Direkte? Ja, also es gibt, ich nenne es so zwei Kategorien. Das eine ist so der Handwerker vor Ort, also der klassische Elektriker, der dir natürlich auch eine Solaranlage installieren kann. Und eine andere Kategorie, ich nenne es immer die New Kids on the Blocks. Das ist ein NPA aus Berlin, das gibt eine eigene Sonne, das ist ein San Vigo. Also das sind im Prinzip Unternehmen, die sich dem verpflichtet haben, diese Customer Experience digital und modern und einfach kundenzentriert zu etablieren. Und ich habe verstanden, ihr geht euch auch erstmal nicht, ihr dreht nicht auf den Füßen rum, weil der Markt erstmal groß genug ist. Ich glaube, das Problem der NPA sind eigentlich eher die Installateure, ne? Genau, also generell wollen wir ja als Deutschland bis 2035 unsere Energie komplett klimaneutral umbauen. Das heißt, die 16 Millionen Einfamilienhäuser, die wir in Deutschland haben, müssen auf jeden Fall bis dahin eine Solaranlage haben. Das heißt, dieser Markt, der da vor uns liegt, ist gigantisch groß. Und da werden NPA, Nenzen, Wiege und wie sie alle heißen, da ist für uns alle genug Platz zu wachsen und man kann riesige Firmen ausbauen. Der Engpass liegt ja natürlich auf Installationsseite, also Leute zu haben, die vor Ort eine gute Installation machen. Aber da denken wir mit unserem Partnermodell auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, wir als Deutschland, vielleicht damit mal die Brücke zur Regierung. Wir haben ja eine neue Regierung. Da sitzt jetzt für euch erfreulich wahrscheinlich die Grünen mit am Tisch. Merkt ihr das schon? Das merken wir auf jeden Fall. Also das ist ja alleine im Koalitionsvertrag hat man ja schon sehr viel ambitioniertere Ziele als die CDU-Regierung, die davor an der Macht war. Und das wird jetzt im Prinzip nochmal eminenter durch die Energiekrise, die wir in Europa haben, die wir auch vor dem Ukraine-Krieg schon hatten. Diese wurde jetzt durch den Krieg nochmal verschärft. Und Deutschland hat sich jetzt verpflichtet, so schnell wie möglich vom russischen Öl und Gas wegzukommen. Und da ist nun mal Erneuerbare, die wir selbst in Deutschland herstellen, der beste, schnellste und günstigste Weg. Also genau, wir wollen jetzt nicht über Vorteile von dem Krieg sprechen, weil das ist natürlich, das wäre pervers. Aber natürlich freut man sich, wenn der Energiebereich zumindest in Richtung erneuerbare Energien umschwenkt. Können da Solarinstallationen auf Dächern eine Rolle spielen? Weil das hätte ich jetzt fast gesagt, ist kein schneller Weg. Das ist eher ein relativ mittelfristig gedacht, von der Umsetzungsgeschwindigkeit her, nicht ganz schneller Weg. Absolut. Also die Umsetzung, wenn man sich anschaut, welche Möglichkeiten hat man, dann gibt es ja nur, und das macht ja Habeck im Moment auch, dass man in andere Länder geht und Öl und Gas kauft. Also nach den arabischen Ländern oder nach Norwegen. Und das kann aber nur eine kurz- bis mittelfristige Lösung sein. Denn wir haben ja auch noch einen Klimawandel, den wir gerade in der jetzigen Diskussion so ein bisschen außen vor lassen. Den haben wir natürlich auch noch im Hintergrund. Und die Photovoltaik, insbesondere von den Erneuerbaren, ist am schnellsten installierbar verglichen mit allen anderen Arten der Energiegewinnung, die man eventuell in Deutschland aufbauen möchte. Dann gib uns nochmal so aus deiner Sicht einen Schritt nach, also einen Ausblick, die nächsten Schritte bei euch. Wie sehen die aus? Also die nächsten Schritte bei uns ist ganz klare Skalierung. Also das merken wir im Moment extrem. Wir haben einen extremen Anfrageboom. Viele Leute beschäftigen sich jetzt intensiv mit dem Thema. Das heißt, für uns ist wirklich Skalierung unseres Geschäftsmodells, um dort noch mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, sich unabhängig von sozusagen Gas und auch Öl zu machen. Ja, weil viele Leute kaufen mittlerweile ein E-Fahrzeug. Und dann der nächste Schritt ist, wir haben im Januar unsere App gelauncht und die werden wir jetzt noch einfach viel weiter ausbauen, um den Kunden noch mehr die Möglichkeit zu geben, ihre Energie selber zu steuern und selber im Prinzip zu entscheiden, wann will ich das E-Auto geladen haben und wann nicht. Sag doch mal ein paar Sätze zur App, das wusste ich gar nicht. Was macht die genau? Genau, also wir nennen das den Solar Compass. Die App ist dafür da, wenn ein Kunde bei uns gekauft hat, ist sozusagen die nächsten Schritte, die in dem Prozess passieren, bis die Anlage installiert ist. Das passiert dann alles über die App. Und sobald die Anlage installiert ist, wird dann der Kunde auch seine Energiedaten auf der App sehen. Er wird in der Lage sein, das E-Auto zu steuern, also zu entscheiden, lade ich das E-Auto jetzt schnell, weil ich schnell wieder los muss oder lade ich es solaroptimiert, dass ich im Prinzip so lange warte, bis genug Solarstrom vom Dach zur Verfügung steht, sodass ich mein Auto kostenlos lade. Gibt es bei euch eigentlich lange Wartezeiten, Wartelisten? Also aktuell ist die Nachfrage und damit die Wartezeit wirklich stark gestiegen, ähnlich wie in der Automobilbranche. Also bei Mercedes oder bei Renault kann ich gar kein Auto mehr bestellen. Und bei uns ist es auch so, dass wir jetzt wirklich verlängerte Wartezeiten haben aufgrund des Nachfragebooms. Ist aber nicht so, dass jetzt bei euch einfach nur mehr Geld helfen würde. Das sind wahrscheinlich dann eben tatsächlich die Sachen wie Installateure oder ich weiß gar nicht, zum Beispiel vielleicht auch Chipmangel oder sowas oder generell Lieferkrise. Ist das bei euch ein Thema? Also gestörte Lieferketten? Ja, absolut. Also auch wir sehen natürlich einen Einfluss von Lieferketten auf unser Geschäftsmodell. Also das ist, glaube ich, in jeder Branche so. Und da spielen Microchips eine Rolle. Da spielen aber auch alleine Transportkapazitäten eine Rolle. Ich gehe aber davon aus, dass es ein kurz bis maximal Ende des Jahres ein Phänomen. Und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt, weil wir schon eine gewisse Größe haben, verglichen mit dem lokalen Installateur vor Ort, dass wir einfach schon gute Beziehungen mit den Herstellern haben und da präferiert beliefert werden. Und jetzt nochmal kurz die Brücke zu Ecosia nochmal. Alex, was würdest du denn sagen? Also jetzt kannst du natürlich nicht für Ecosia sprechen, aber welche Unternehmen würden noch zu Ecosia passen, wenn man mal euer Modell jetzt sieht? Wie meinst du, wie die zu Ecosia passen würden? Naja, also bei wem könnte es nicht? Also vielleicht bei euch kam ja irgendwann mal eine Zusammenarbeit. Es kann über den Tim Schumacher gekommen sein oder so. Ich weiß gar nicht genau. Der ist ja, glaube ich, bei euch beteiligt, wenn ich es richtig weiß. Genau, richtig. Ja, also vielleicht war das eine sehr naheliegende Entscheidung. Aber vielleicht passt ja Ecosia auch zu anderen Unternehmen, die ein ähnliches Modell verfolgen. Gibt es da so Regularien? Gibt es da so, ich weiß nicht, ein Wertegerüst oder sowas, wo du sagen würdest, das muss man mitbringen? Ja, genau. Also wo Ecosia, natürlich kann ich nicht für die sprechen. Wir kennen die sehr lange. Ich kenne Christian und Wolfgang sehr lange. Und das ist eigentlich die erste Zusammenarbeit, die wir bis jetzt mal gemacht haben. Wo Ecosia immer einen Blick drauf hat, ist sozusagen mit den Maßnahmen, die sie tun oder mit dem Geld, was sie investieren, können sie dort wirklich ein Geschäftsmodell oder etwas enablen, was ansonsten nicht passiert wäre. Also sie würden jetzt kein Geld oder keinen Fokus darauf setzen, auf etwas, was sowieso passieren würde. Und da, glaube ich, ist ein guter Anknüpfungspunkt für die Zusammenarbeit mit Ecosia. Super. Das ist zumindest mal ein schöner Gedanke, um mal ein bisschen zu überlegen, zu wem sie noch passen könnten. Dann letzte Frage an dich nochmal. Stichwort Mitarbeiter. Sucht ihr noch Mitarbeiter? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, keine Ahnung, 60 offene Stellen oder so. 60 offene Stellen. Sag mal, gibt es da so Bereiche, wo du sagen würdest, das sind so die drei, vier größten Suchfelder? Also ich glaube, wie alle Startups in Berlin, Entwickler natürlich, also alles aus dem Produktbereich, Entwicklungsbereich, also Softwareentwickler, aber dann auch Leute am Partnermanagement, Accountmanager, Customer Support, also wirklich auf allen Dimensionen, weil wir sehr stark am Wachsen sind. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Super, Alex. Also dann vielleicht als letzte Frage noch, wie immer, die Kooperation mit Sestrify bei uns. Wir bitten ja jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Also ich habe auf jeden Fall das Tool Tableau oder die Software-Suite Tableau mitgebracht. Wir haben ja eine ganze Menge Daten von unseren Kunden auf Installationsseite, auf Operationsseite und diese Daten end-zu-end zusammenzuführen, dafür ist Tableau echter Hammer und das ist wirklich nochmal ein Next-Level-Insight in das, was wir tun. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ist natürlich ein bisschen komplexer im Setup. Ein bisschen komplexer, aber hat dafür aber eben auch super coole Grafiken, finde ich. Und sehr viele Schnittstellen auch, glaube ich. Also super viele Schnittstellen, wo man ad hoc verbinden kann. Man kann Daten übereinanderlegen, man kann Abfragen basteln. Also für mich wirklich das Go-To-Tool für alle modernen Unternehmen, die mit Daten viel arbeiten. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sestrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Software-Verträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer Sars-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sestrify.com Alex, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ein cooles Update, muss ich sagen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Hört sich gut an. Danke dir, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichten-Podcast der deutschen Startup-Szene. Das war Alex Melzer, der Gründer und CEO von Solar und damit sind wir durch für heute. Aber, ich habe es ja vorhin gesagt, auf euch wartet noch ein tolles Wochenende. Morgen früh, Startup Insider Media Talk. Dieses Mal zu Gast ist Jana Linke. Sie ist der Podcast-Host von How to Hack bei Business Punk. Lasst euch das nicht entgehen. Ist ein tolles Gespräch geworden, vor allem auch über die Startup-Szene an sich. Und dann morgen Nachmittag, Startup Insider One More Thing. Wir sprechen über Tooltips, wir sprechen über die Lieblingstools unserer Gäste. Ein Schnelldurchlauf unserer Gäste, erwartet euch, die kurz und bündig ihre Lieblingstools vorstellen. Außerdem habe ich Sven Lackinger eingeladen, den CEO von Cestrify, der nochmal kurz darüber spricht, welche Fehler man machen kann bei der Tool-Auswahl. Also ja, all das wartet morgen auf euch und dann am Sonntag Startup Insider Read Only, Folge 69 mit Annalena Kümpel und ihrem Gast Gregor Gimmi, der sein Buch vorstellt, Kaufen statt investieren, wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Auch ein sehr spannendes Thema. Das, wie gesagt, unser Bücher-Podcast am Sonntag. So, damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag oder Abend. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen früh wieder hören oder morgen Mittag oder am Sonntag bei Annalena Kümpel oder wir ansonsten am Montag wieder in alter Frische. So oder so, euch eine tolle Zeit und vielleicht schon mal ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Cevdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf www.cevdesk.de slash startupin.